So, Kinder, gucken wir uns kurz hier die Scheiße an hier, was Alex SpielTV wieder hier zusammen gebaut hat, der Idiot. Mal gucken mal. Ey, WMAX claimt mich, Digga. Wenn ihr mich claimt, ich drehe durch hier. Aber geht gar nicht, wir sind gleiches Netzwerk. Wenn ihr mich claimt, dann bricht durch hier. So, Leute. Was ist denn hier? Alex SpielTV. Da ist er mit der GTA 6 Version in GTA. War nicht schlecht gewesen, die Qualität war halt ein bisschen rotzend, ne? So, Leute, hier haben wir es. So, Mucke aus hier. Also, I Cryming Feeds Karo 2 Millionen Original Gigi Erosion. Erstmal ein Dislike. Nein, Spaß. Ein Like kriegt der Alex von mir. Viel, was, was, was? Viel besser, meiner Meinung nach, als der Standardskill-Song. Schade. Ja, schade. Aber vielleicht meint er nur das Video. Nein, Enduro bekommst du bestimmt nicht. Alex baut mir ja schon umsonst einen Lama. So, wir gucken jetzt rein hier. Warte, 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 warte. Hier, was war gesagt? 4K. Ah, 1080p wenigstens, okay. Alex, meinst du nicht irgendwas mit 4K oder so? Jo, Leute, ich bin jetzt auf jeden Fall fertig mit Videoschneiden. Um 12 Uhr heute Mittag ist die Premiere. Also seid auf jeden Fall am Start. GTA-Version zu i Cryming XM, 2 Millionen Abonnenten-Special, wie ich bei Standardskill auch gemacht hatte mit dem GTA-Song. Also, checkt auf jeden Fall ab, Leute, und seid gespannt. Und jetzt hier nur die Billig-Version 1080p und wahrscheinlich hast du das Ganze noch auf der PS4 aufgenommen. Da bin ich mal gespannt. Ach, SU ist auch hier der Paule Puh, Mann. Hey, ich drehe durch, Digga. Fix die Scheiße. Ich gucke kein Video mehr in Chrome. Es funktioniert einfach nicht. Warum ist das so? Hey. Ja, jetzt hier, gönn dir Werbung. Nehmen Sie meine Zeit. Ansonsten. Ja. Am Waffenladen. Danke, I love my aim. Maxify, danke für die Mitgliedschaft. SU ist lost. Er hat es auf PS4 aufgenommen. Guck mal, das Ding ist. Jetzt haltet euch fest. Doch, PS4 ist 1080p. 1080p ist auf PS4, ne? Dann ist schon besser als vorher wahrscheinlich. Zwei Millionen Abonnenten. So viel ist passiert. Es gibt so viel zu sagen. Aber wisst ihr was, Leute? Hört einfach zu. Ferti, iCrimex mit dem Schiener-Roller rum. Mit dem Reiskocher, Bruder. Da muss ich aber los. Wie der Charakter hampelt. Das ist cool, du. Das ist echt geil gemacht. Also der Anfang echt wieder geil. Ey, Mann, was ist das einfach so? Das sieht so lost aus. Ja, irgendwann erschien der fünfte Teil von GTA. Das erste Mal, dass etwas nicht durch diesen Nebel brach. Ich war jeden Tag am Rändern am Machen. Durch diese Arbeit sind die Abonnenten gewachsen. Ja, und weil ich jedem von euch danken will. Besondere Grüße an dich, mein Bruder. Hey! Ey, Alex, du hättest ja mal wenigstens irgendwie mich zeigen können oder so. Schade. Naja, schade. Ist aber gut, okay. Wenn du mich nicht zeigen willst, dann ist das okay. Hast du den Daumen oben, wird man dich loben. Ja, ich bin dankbar und zwar für jeden von euch. Ihr habt gezeigt, ich kann entscheiden, wie mein Leben verläuft. Yo. Was soll ich sagen, Mann, ich gönne es dir, Max. Du hast so lange gekämpft und es mit deinem Können geschafft. Ja. Wie oft standest du vor schwierigen Aufgaben? Warst nie einer von den, die, wenn schwierig wird, Aufgaben. Niemals. Dir wurde nix in die Wiege gelegt. Trotz all der Arbeit war deine Familie Priorität. Für die Fan. Legst du dich messen gern beiseite, Rolex links. Katja, rechts, doch im Herzen noch der Glas. Ich weiß immer noch nicht, wer Kati ist. Wer ist Kati jetzt da schon wieder? Das habt ihr mir immer noch nicht beantwortet, die Frage. Danke, Bro. Ihr alle habt meinen Rücken gedeckt. Danke, Mama. Danke, Papa. Durch dich ist es perfekt. Ihr werdet für immer zu meinen Helden zählen. Sorgen sind vorbei. Sagt der Tür zu euren Geldproblemen. Mein Leben ist vom Schicksal geprägt. Ach, voll geil, ne? Man muss auch achten hier so. Auf diese Details, wo er aufgenommen hat in GTA. Hier diese, er hat in diesen China-District aufgenommen. Hier mit diesen China-Symbolen da. Keine Ahnung, wie man das nennt. Vom Schicksal geprägt. Nicht mein Kopf, sondern mein Herz will für den richtigen Weg. Yeah. Ich musste alles für das große Ding riskieren. Hab's geschafft. Heute stehen zwei Millionen hinter mir. Zwei Millionen. Yeah. Es ging von unten nach oben. Yeah. Ich bin dankbar. Und zwar für jeden von euch. Denn ihr habt immer gewusst, dieser Hünge legt sich ins Zeug. Wir sind heute zwei Millionen. Yeah. Es ging von unten nach oben. Yeah. Ich bin dankbar. Und zwar für jeden von euch. Ihr habt gezeigt, ich kann entscheiden, wie mein Leben verläuft. Ja. Also Alex, eigentlich müsste ich dir ja für ein Dislike geben. Danke auch an meine ganzen Bros, die mich auf meinem Weg unterstützt haben. My wife, Savile, Mr. Gamer. Das ist ja mal hier echt gut geworden. Nee, du kriegst ein Like. Digga, ist echt geil geworden. Ach, ich bin ja nicht anemeldet hier auf Firefox. Nee, hast du echt geil gemacht. Aber dann gucken wir uns nochmal hier das an. Gucken wir uns nochmal das hier an mit 720p, Digga. Nee, auch 1080p. Aber das ist ja auch geil geworden. Halschan, magst du eins besser? Wie lange hast du eigentlich gewartet, bis da jemand ein Fahrrad langfährt? Hey, nee, ist schon geil, Digga. Also, hat er schon gut gemacht, muss man sagen. Aber das ist halt hier, da hättest du halt hier lieber mit einem Rockstar-Editor die Aufnahmen machen sollen. Dass man hier die nervigen Sachen nicht sieht. Das sieht halt ein bisschen unprofessionell aus. Aber ich will mir die 10 jetzt nicht nochmal reinziehen. Ich kenn's ja bereits schon. Aber geil, find ich gut gemacht hier, Leute. Checkt den mal gerne ab hier. Den Alex Spiel TV. Ehre, Mann. Ich bin ja auch schon.